Da darf man in einem Fußballstadion als Ordner arbeiten, also zum Beispiel Impfnachweis kontrollieren, Ticket kontrollieren und so weiter und auf die Zuschauer aufpassen. Das Problem ist einfach, dort läuft manchmal Musik und dann wird Alkohol verkauft und Schwein verkauft, aber man ist nur dort, um die Pest anzunehmen zu bringen. Ja, das ist der Job als Sicherheitsdienst und der Job als Sicherheitsdienst ist in der Regel erlaubt, ob der jetzt im Rewe, Sicherheitsdienst arbeitest, im Aldi oder halt bei einem Stadion, einem Fußballspiel, dann ist das inshallah kein Problem. Es sei denn, du bist als Sicherheitsdienstmitarbeiter tätig bei einer offenkundigen Sünde, wie zum Beispiel in einer Diskothek, wie zum Beispiel in einem Bodell, wie zum Beispiel in einem Casino. Wenn da offenkundig gesündigt wird, darfst du dort nicht als Sicherheitsdienstmitarbeiter arbeiten. Aber wenn es eine Sache ist, die erlaubt ist, gemischt aber mit Haram, wie zum Beispiel hier in diesem Fall, dann ist das inshallah erlaubt, nicht verboten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017